Italien-Sehnsucht. Schon mal davon gehört? Schon vor fast 300 Jahren zog diese Italien-Sehnsucht die Deutschen in ihren Bann. Aber warum war Italien damals eigentlich so interessant und anziehend? Das klären wir jetzt bei zwei Minuten Wissen. Im 18. und 19. Jahrhundert machte sich eine allgemeine Begeisterung für Italien breit. Es tauchen immer wieder Aquarelle, Zeichnungen und Gemälde auf, die Künstler auf diesen Reisen durch Italien malten. Durch Signaturen oder stilistische Zuschreibungen können wir die Bilder bestimmten Künstlern zuordnen. Und wenn wir dann versuchen, den Weg des Künstlers durch Italien nachzuvollziehen, so fällt auf, dass es diese Orte teils so gar nicht gab. Denn die Künstler wollten in ihren Werken nicht immer die Wahrheit zeigen, sondern die Italien-Sehnsucht vermitteln. Diese Sehnsucht steht im Widerspruch zur Realität in Italien. Denn dort herrschte eigentlich große Armut. Die Deutschen liebten die Vorstellung vom antiken Italien, also monumentale Bauten der alten Geschichte in ihren Bildern, die sie durch erfundene oder zusammengestellte Szenen- und Figurengruppen vervollständigten. Es waren also diese Träume und Vorstellungen eines utopischen Italiens, das die Deutschen faszinierte. Die Zeichnungen und Aquarelle dieser Zeit sind nicht nur Kunstwerke, sondern auch Bedeutungsträger und Zeugnisse der Geschichte. Durch sie können wir in das Innere der Menschen blicken und ihre Sehnsüchte ergründen. Du interessierst dich dafür, was sonst noch für Erkenntnisse in Kunstwerken stecken? Dann komm zu uns an die FAU. Musik 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 Musik